Hallo, wir werden heute ein Getränk zusammen mixen. Es wird aus leckeren Sachen stehen. Aus Milch. Ja, Durst. Prost. Aus Orangensaft. Lecker. Ob das wohl schmeckt? Oh, Tee. Ein paar Salz. Nichts. Good. Das war's. und Backpulver. Ob das wohl schmeckt? Wer weiß, wer weiß. So, er ist hart, mutig, er trinkt. So, jetzt noch mal was, Justus. So, wer weiß, wer weiß. Wir können es ruhig für euch aufbewahren, wenn ihr auch davon mal einen Schluck kosten wollt. Alter, dieses Gemüse. Das schmeckt so scheiße, ich kann es ja auch mal ausprobieren. Ja, Alter. Wir lassen es jetzt erstmal einen Moment ziehen. Ja. Und dann warten wir nochmal einen Moment. Und dann melden wir uns später nochmal, ne? Ja. Jussi, warte. Jussi hat sich beruhigt. Er ist... Er musste sich erstmal auskotzen. Jetzt ist er aber wieder mutig. Und er macht sogar noch Wasser rein. Dann schmeckt das noch ein abgewichster. So. Er nimmt einen Schluck. So. 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 rumspielen soll also das ist nicht so toll da seht ihr was da passiert das ist nicht so toll ja möchtest du noch was sagen spiel nicht mehr messen rum